Lust auf was Neues? Der German Gunstock Reaper kommt in zwei Hinterschaftsversionen, dem Reaper Hunt und dem Reaper Tag. Der Rest des Schafts ist identisch. Der Reaper Hunt hat einen schrägen jagdlichen Hinterschaft. Der Reaper Tech hingegen hat einen großzügig ausgeschnittenen Sniper Cut. Wir haben den Reaper als leichten universellen Schaft designt, der auch für kleine Hände geeignet ist. Der untere Teil des Griffes hat die gleichen voluminösen Ausmaße wie unser Raptor, was ihn ebenso bequem für große Hände macht. Jedoch ist die Oberseite des Griffes stark verjüngt, um die Hand und den Abzugfinger tief in die Waffe kommen zu lassen. Mit nur 1,25 Kilogramm Gewicht inklusive allem Metall zählt er zu den Leichtgewichten in unserem Programm. Er ist betont hecklastig mit einem innen skelettierten Vorderschaft, um die Waffe perfekt auszubalancieren. Die Außenkontur des Vorderschafts ist flacher und sorgt weiterhin für viel Kontrolle in jedem Anschlag. Auch unser Reaper ist beidseitig nutzbar und natürlich für Rechts- und Linkshänderwaffen erhältlich. Die präzisionsfördernden Eigenschaften wie Vollblockbettung inklusive dem Edelstahl-Rückstoßstollen sind genauso selbstverständlich wie unsere nahezu stufenlos verstellbare Wangenauflage. Diese sind ab jetzt mit einer dezenten Höhenanzeige in 0,5 cm Schritten ausgestattet. Beim Reaper setzen wir natürlich auch auf unser bewährtes Epoxid-versiegeltes Kreuzlaminal, welches robust und sogar tauchfest ist. Ihr könnt ihn natürlich in allen German Gunstock-Designs bestellen mit der gewohnten Auswahl an Optionen. Alle Informationen findet ihr auf www.germangunstock.de www.germangunstock.de